Na alle zusammen, hier ist wieder euer Tjela und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mountgat präsentieren. Heute geht es gleich um zwei schicke PvP-Mounts, die wir in der dritten Season von Dragonflight spielen können. Und ihr seht hier schon meine zwei Chars stehen. Wir haben einmal die Allianz-Variante, die rechts ist, das ist das blaue Mount. Und dann haben wir einmal links die Horden-Variante mit dem roten Mount. Und das Mount schimpft sich einmal boshafte Mondbestie. Und ja, ihr seht, das ist quasi so ein Mondbär, würde ich jetzt mal so sagen. Man kennt das ja auch schon so ein bisschen aus der neuen Zone, beziehungsweise von den Druid-Gestalten. Und hier haben wir dann eine Variante mit einer Panzerung. Blau-Gold für die Allianz und Rot-Silber für die Horde. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt auch mal das Mount-Special einmal an. Im Horden-Mount auch. Ja, also das Mount-Special haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber so mit der Panzerung sieht es schon ganz nett aus. Und ihr kriegt natürlich gleich zwei Mounts mit einem Streich. Wenn ihr nämlich die Allianz-Variante erspielt, könnt ihr auf dem Horden-Shark quasi die Horden-Variante aufmounten und dementsprechend auch umgekehrt. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir dafür machen müssen. Wir müssen ein bisschen PvP spielen, und zwar gewertetes PvP. Und dann in einem von den vier aktuellen Brackets, also im Einzel 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 10 gegen 10, also im RBG. Und hier ist es so, dass ihr auf ein Tausender-Rating spielen müsst. Und sobald ihr ein Tausender-Rating habt, bekommt ihr dann die Möglichkeit, hier Punkte zu erspielen für einen Balken. Und ihr seht schon, mit Add-on zeigt das schon ein bisschen an, also auf Tausender-Rating müssen wir. Und pro gewonnenes Spiel im 2 gegen 2 kriegen wir dann 0,42% von den Balken. Bei 3 gegen 3 1,25. Dann bei Solo-Shuffle kriegen wir 2,08. Und RBG 2,5% von den Balken. Heißt, ihr müsst dann schon einige Games gewinnen, um das Ganze aufzufüllen. Das ist aber auch Battle.net-Account-weit. Heißt, wenn ihr mit verschiedenen Chars Games über 1.000 gewinnt, dann führt sich der Balken auch insgesamt auf dem Account auf. Sobald ihr den Balken vollgefüllt habt, könnt ihr den noch ein paar Mal, ich glaube 10 Mal sind es insgesamt danach, vollfüllen. Und einen schrecklichen Sattel quasi euch erspielen. Und diesen schrecklichen Sattel könnt ihr dann in den Hauptstädten Allianz oder Horde abgeben. Und ja, die Mounts aus den letzten Seasons bekommen, beziehungsweise nicht aus den Seasons Dragonflight, die Mounts sind noch nicht drin. Aber aus allen vorherigen Addons könnt ihr euch die Season-Belohnungen dementsprechend abholen und euch die Mounts holen. Falls euch die interessieren, ich habe dazu natürlich auch schon Videos gemacht, wie die aussehen, könnt ihr auch gerne mal reinschalten. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Mountguide. Ich persönlich habe das Ganze mit meinen Twings gemacht, um noch ein paar alte Classic PvP-Sets zu erspielen. Und dementsprechend da ein bisschen RBG gemacht, wo man eigentlich relativ schnell hochkommt, weil es halt dementsprechend die meiste Prozentzahl hochgibt. Alternativ kann ich empfehlen, das im Dreier zu spielen, da geht es eigentlich auch relativ fix. Juti, dann sind wir durch. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.